Was ein anstrengender Tag. Ein anständiges Bier wäre jetzt gut. Zum Glück ist da vorne ein Gasthaus. Hey Meister, ein Bier bitte. Wo bin ich denn hier gelandet? Jetzt bist du mein. Jeden Tag saufen mir die Leute die Fässer leer, als wenn das Bier auf Bäumen wachsen würde. Du musst dir diesmal dein Bier verdienen. Brau dir dein eigenes Bier, ansonsten findest du nie den Weg aus meinem Braukeller. Im eingesperrten Braukeller musst du aus dem Braukeller des verrückten Braumeisters entkommen. Schaffst du es, dein eigenes Malz herzustellen? Die unbekannten Apparaturen zu bedienen? Dein Können in Minispielen unter Beweis zu stellen? Und am Ende ein herrliches Bier zu brauen?